Hallo liebe Satya. Ich grüße dich auch. Vielen lieben Dank, dass du die Einladung angenommen hast und dass wir heute hier bei dir sein dürfen, in deinen Räumlichkeiten. Hier ist es ja recht bunt. Viel zu sehen. Ja, absolut. Möchtest du uns mal erzählen, woher du eigentlich kommst? Deine Wurzeln sind ja eigentlich sowas von gemischt. So was von gemischt. Ich mache es ganz kurz. Die mütterliche Seite kommt aus Indien, aus Nordindien, ist nach Südindien hinunter verheiratet worden, sodass die Nordinder Südindien durcheinander gebracht haben. Arunachala Ashram ist sicher bekannt. Das ist ein Teil meiner Familie. Das heißt, es gehen die Wurzeln bis zum Ramana zurück, was mich sehr glücklich macht. Und der andere Teil ist ganz arg gemischt. Der ist aus dem Iran. Sozusagen auch die Flucht 1979 mit meinem Papa, verwandt mit bekannten Persönlichkeiten, somit auch bekannte Schwierigkeiten, die eigentlich bis vor zehn Jahren noch relativ fühlbar waren. Wieso prägen dich deine Wurzeln? Hier, in Österreich? Wie sehr? Wie sehr mich die Wurzeln bringt. Na sehr, weil ich nach der Tradition und auch nach der Kultur die Kinder in Beziehung gebracht habe. Ich habe den Kindern sehr intensiv ein bewusstes Leben, hier nennt man es Gott, zur inneren universellen Kraft eigentlich wirklich nahe bringen können. Leben alle wirklich, ich sage jetzt einfach das göttliche Prinzip in sich. Sie haben Gott sei Dank glücklicherweise nicht im Außen angefangen zu suchen, weil da wären sie wirklich ewig Suchende gewesen. Von der Erziehung, Beziehungstechnisch finde ich es einfach schön, was ich von zu Hause mitgekriegt habe. Wenn du glücklich bist, bin ich es auch. Das ist so ganz iranisch, ganz nur im Persischen. Ich koche Persisch ganz auch gerne, sodass die Kinder am Sonntag sagen, Mama, kochst du Persisch? Es ist einfach ein ganz ähnliches Familienleben und ohne Familie wäre ich nicht das, was ich jetzt bin. Ich glaube, was ist so das typische Persische? Also unsere Kinder lieben Lammkrone. Die lieben das. Lammkrone mit einem echten persischen Reis. Das Essen dauert zwar irre lang zum Kochen, du bist so vier, fünf Stunden wirklich am Wert, aber dieser Duft und diese Gewürze, die dazukommen, weil diese persische Küche ist einfach eine Gewürzoase. Und das liebe ich, das ist auch meine Liebe. Wie viele Kinder hast du? Wir haben sechs Kinder. Sechs Kinder? Und davon sind wie viele Jungs und Mädchen? Drei, drei. Drei, drei. Gut auch geteilt. Drei, drei. Und alle Kinder von 33 bis 20 sind alle schon selbst und ständig. Wow. Und Enkelkinder haben wir auch. Ehrlich? Ja, okay. Wir haben drei Enkelkinder. Das bedeutet für dich diese traditionellen Wurzeln und wie bringst du sie in dein tägliches Leben, in deine Familie mit hinein? Du hast vorhin die Küche erwähnt. Im Endeffekt ist es der Herzschlag. Ah, okay. Ich muss gar nicht nach Persien zurückgehen. Ich muss auch nicht nach Indien zurückgehen, sondern das ist allgegenwärtig. Egal, welche Sprache ich spreche, ob es jetzt Englisch oder Deutsch oder Spanisch sein mag, ich bin das. Also ich lebe im Reichtum und nicht im Defizit, weil ich einfach früher diese Frage hatte, was bin ich wirklich? Bin ich persischen Ursprungs? Bin ich indischen Ursprungs? Was bin ich wirklich? Bin ich, weil auch väterlicherseits mongolischer Ursprung drin ist, was bin ich? Ich habe von allem 100%. Ich denke, die Freude am Leben, der Puls, auch diese Wissbegierde, die ist, ich denke, die geht über die Grenzen drüber. Und ein bisschen Erziehung ist dabei, aber es ist mehr die Beziehung zum Leben und auch zum Wissen wollen. Und ich studiere immer noch und studiere und studiere. Es endet nie. Es endet nie das Leben, studiert sich von selbst, aber ich bin auch gerne Wissenschaftlerin und studiere aus dem Grund auch die Wissenschaft, wie jetzt auch in der Zahnmedizin. Und es macht Freude. Aber nicht nur die Wissenschaft in der Form, sondern auch ganz schwerpunkttechnisch die Empirie, die die Wissenschaft verbindet. Und im Endeffekt, das Einzige, was ich nicht bewiesen werden haben möchte, ist Gott. Aber so ein bisschen Fakten und Zahlen machen schon auch Freude. Und wie die Kinder geboren werden und wie die Kinder wirklich im Leben etabliert sind. Und das ist schon sehr stark. Herzbeziehung, ich würde auch sagen ein bisschen persische Beziehung. Die Inder haben einen Herzbezug zu Kindern, aber immer mehr den Bezug zu sich selbst. Während die Pierser, nach meiner Erfahrung, wenn ich an meine geliebte Großmutter denke, die haben immer den Bezug, es muss dir gut gehen. Es muss dir gut gehen. Wir müssen alles dafür tun, dass es dir gut geht. Und das ist so mein Ziel, weil schlecht geht es einem von alleine. Was machst du aber, wenn es mal so ist, dass es dir schlecht geht? Ja, dann geht es mir schlecht. Dann schaue ich nach. Weshalb es mir schlecht ist? Undramatisch. Also Drama Queen ist bei mir keine Porn. Dann geht es schlecht. Und da muss man schauen, in welcher Entwicklung, weil Chance ist ja, Krise ist ja eine Möglichkeit. Oh, Krisen gibt es genug. Absolut. Ist eine Möglichkeit, hinzuschauen, Vertrauen zu haben, aus der Krise heraus sich zu entwickeln. Und Krise ist, es gehört zum Leben dazu. Und es ist immer ein Fünkchen Freude dabei, weil ein bisschen die Haut sich schubbt, weil ein bisschen der Charakter zu charismatischer wird. Herausforderungen sind Aufgaben. Und ich meine, jede Aufgabe ist ein Studium für sich. Also Krisen kenne ich genug. Kann ich ein Buch drüber schreiben. Es ist immer die Frage, wo lege ich meine Aufmerksamkeit hin? Ja, wie betrachte ich das? Wie betrachte ich diese Krise? Und es gibt ja ganz kleine Krisen. Wenn ich am Morgen aufwache und vergessen habe, meine Meditation zu machen, und ich merke, oh, Menstruation könnte kommen oder irgendwas, ist schon eine Krise. Und die Krise kann ich entweder hängen lassen, indem ich sage, na wunderbar, herzlich willkommen im Tiefgang meines Tages, oder oh, da gibt es was zu tun. Also ich sehe Krisen im Endeffekt als Eintrittsschild, Werkstatt Mensch. Und dann die Freude aber zu sehen, dass die Werkstatt auch funktioniert. Und die Arbeit eben nicht nur arbeitstechnisch 9 to 5, sondern wirklich das Einatmen passiert von selbst, wenn man leben darf. Und das Ausatmen muss gelungen werden. Und das ist Arbeit. Vertrauen, hinschauen, Resonanz, Reflexion. Ich erlebe das ja jetzt eigentlich täglich in der Praxis, dass gerade jetzt in dieser Jahreszeit des Novembers sehr viele Depressionen aufbrochen wieder. Was gibt es da für dich aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis etwas, was du geben könntest den Menschen? Außer, dass man mental sich auf das Positive fokussiert. Es ist aber auch die Seele und es ist auch das Herz. Und es ist im Endeffekt, jedes Wort ist eine Seelenhygiene. Also erst mal schauen, welche Wörter werden benutzt, welche Klänge werden benutzt, welche Bewegungen werden benutzt, wo ist die innere Sonne. Also dieser Tiefgang, die Sonne zu suchen, da gibt es wunderbare Kräuter auch, wenn es nicht jetzt wirklich schon stigmatisiert sein möge, die auch eine gute Wirkung haben. Es gibt, wie wir alle wissen, auch Meridiane, die ganz gut dafür sorgen können, dass der Schalter gefunden wird, um das Licht anzumachen. Arbeitest du da über die Akkupunkte? Ich arbeite noch viel sanfter. Ich arbeite über die Kraniosakral. Dann arbeite ich? Dann arbeite ich ganz stark über die Meridiane selber in der Tibetischen Medizin, weil jeder Meridian auch seine Hauptaufgabe hat oder seine Richtlinien, Führungslinien innen drin hat. Und dann arbeite ich im Endeffekt auch ganz viel über die Stimme. Also wie eine Klangschale setze ich die Stimme ein und singe, während der Behandlung singe ich einfach einen Ton. Und das Ausatmen ist ja gelernt. Würdest du uns das schenken, eine Kostprobe? Eine Kostprobe, wenn du nachher liegst? Ja, warum nicht? Selbstverständlich. Ja. Ich habe meine Stimme dabei. Das ist kein Problem. Ja, das machen wir. Die ist immer da. Und es ist natürlich die Stimme die Stimmung. In welcher Stimmung habe ich mich gestimmt heute? Und eine, ich sage jetzt mal, eine Niedergedrücktheit ist noch ein ganz langer Weg bis zur Depression, bis es wirklich pathologisch sein möge. Und ich denke, eine Niedergeschlagenheit und ein Fehlen, sage ich jetzt mal, des inneren Vitamin Bs bis hin auch zu, ja, ich sage jetzt mal Vitamin D, was wir einfach alles brauchen, bis zur wirklichen Depression, bis wirklich Psychiater dran müssen. Da bin ich immer ganz froh, dass ich immer nur am Anfang stehe und am Anfang begleite. Weil eine wirklich echte Depression entspricht auch nicht meinem Herzen und ich soll nur das begleiten, was ich kenne und wo ich mir zutraue, jemandem beim Treppensteigen eine gute Stütze zu sein. Das finde ich ganz wichtig. Meine Ahnen sind ja sehr, sehr verteilt, ne? Du meinst im Außenverteilt, in innen sitzen sie alle? Nein, ich spüre schon mehr die Energie von innen. Die ist sehr deutlich, die ist sehr stark. Ich liebe die, wie wir ja wissen, ist die obere Zahnreihe, das Oberkiefer und deren Zähne sind die Ahnen und Unterkiefer, das bin ich. Ich finde das ganz wichtig zu wissen. Das heißt, meine Großeltern, Urgroßeltern und Eltern sitzen hauptsächlich auch in den Schneidezähnen, in Blasen und Nierenmeridianen. Und die habe ich jeden Tag, ja, die habe ich jeden Tag. Und ich meine, ich erwische mich doch immer. Meine Oma rutscht dadurch mit Blick, mit Falten, die ich bekomme, mit meiner Figur, die ich bekomme. Das ist meine Oma mütterlicherseits. Das Herz, was einfach keine Geduld mehr hat für Dummheit, das ist meine Oma väterlicherseits. Ich war früher viel ruhiger, harmonischer, heute sage ich, nein, ich habe diese Geduld nicht mehr, ich habe Luxus, ich will glücklich sein, ich setze mich mit dem Nimmer auseinander. Mein Vater sehr stark in der Disziplin, sehr stark im Wandel, ihn loszulassen, immer ein Thema. Meine Mutter immer ein Thema, aber nie ein Thema der Gefangenheit, sondern ein Thema, ach so würde ich es nicht tun. Also ich bin jeden Tag auch dabei, immer zu tanken am Morgen, weil ich viele Dinge verstehe, die sich aus sich selbst heraus entwickeln, an denen ich Betrachtung heben kann, aber nicht unbedingt immer daran arbeiten muss. Manche kleinen Schrägenvögel dürfen auch bleiben. Das macht es menschlich. Jetzt haben wir beide ja schon ein Alter, wo wir, wenn wir uns zurücklehnen, dann das Ganze viel entspannter betrachten können, sage ich mal. Aber es gab vielleicht auch... Bleibst du entspannt oder gelassener? Entspannt. Entspannt. Ja? Okay. Ja, entspannt. Entspannt deswegen, weil wenn es unentspannt ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt aktiv etwas dazu beitragen, dass es sich verändert. Und es gab vielleicht auch Zeiten in deinem Leben, wenn du gerade zu deiner Familie zurückgeblickt hast, wo du nicht konform gegangen bist. Ja, oft. Sehr oft. Sehr oft. Und wie ist es dir da jetzt im Laufe dieser Zeit mit, also ich sage jetzt ganz bewusst, dass die Worte Vergebung, Vergebung und auch Themen, wo du sagst, ganz bewusst, das lasse ich jetzt bei dir, das nehme ich auch einfach nicht mit in meinem Rucksack. Also ernsthaft muss ich sagen, Vergebung gibt es für mich nicht. Okay. Das ist eine Geschichte, die ist das Göttliche. Ich habe nichts zu vergeben. Ich habe nichts zu verzeihen. Das klingt sehr provokativ, das weiß ich. Aber das ist nicht überheblicher Natur, sondern es ist im Endeffekt eine Hingabe zu Schwierigkeiten, die ich nicht verstehen kann. Die lösen sich entweder über Erkenntnis oder über Mitgefühl, aber nicht für mich, für mich persönlich nicht über Vergebung. Es sind viele Dinge, mit denen ich nicht d'accord gehen konnte, auch nicht d'accord gehen möchte. So habe ich mich entschlossen, in meiner kleinen Welt mein inneres Bundespräsidium so zu übernehmen, dass Dinge hineingehen dürfen und Dinge nicht hineinkommen. Ich habe leider früher sehr viel bis zu meinem 40. Lebensjahr in Kontenanz gelebt. Gelächelt zu der größten Schwierigkeit, die es nur irgendwie gibt. Ich habe mich richtig damit angelogen. Das ist eine ganz klare Konfrontation. Und ab meinem 40. Geburtstag habe ich gesagt, so, ich beschäftige mich mit den Dingen, die mich wirklich weiterbringen. Ich möchte mit Menschen in Kontakt sein, die ich wirklich mag. Ich möchte mit Menschen in Berührung sein, die wirklich ernsthaft, echt wissen möchten, wie geht etwas. Und jetzt bin ich 51. Das heißt, ich darf schon elf Jahre lang daran lernen, dieses innere Belügen zu reduzieren. Ich würde sagen, dass ich schon recht weit gekommen bin, da ich merke, durch den Herzschlag, durch die Berührung ist es aufrecht. Weil für mich gibt es einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit kann sehr wehtun, Aufrichtigkeit kann den Moment auch regulieren. Weil Aufrichtigkeit heißt auch zu schweigen, auch wenn ich die Dinge gerne nennen würde. Aber ich schweige manchmal gerne lieber und sage mir, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Und somit wird alles, was in der Familie passiert ist, weniger dramatisch, weniger spektakulär. Und der Mittelpunkt ist nicht meine Familie. Gar nicht mehr. Meine Kinder, mein Mann schon, aber nicht meine Ursprungsfamilie. Ja, ist gut. Sie haben mir Danke an meine Eltern, sie haben mir das gegeben, so wie ich hinausschaue in die Welt. Sie haben mir hormonell meinen Körper geschenkt, sodass ich meine Eltern und meine Großeltern wiederspiegeln kann. Und wenn ich in den Spiegel schaue, ist das okay. Kann ich Danke sagen. Und gewisse Prägungen sind aber da. Ja, und das ist gut so. Und deswegen, diesen Job haben sie sehr gut gemacht. Du hast zwar noch die Berührung des Herzens angesprochen, jetzt sind wir beide kraniosakrale Therapeutinnen. Was ist das für dich für eine Arbeit, die Berührung? Das ist für mich... Verschiedene Arten berühren, nicht? Das ist für mich ganz, ganz ernsthaft. Ich mache es seit 1992. Das ist für mich eine der spirituellsten Arbeiten, die es gibt. Ich sage das bewusst jetzt mal, einen Fluid über den Occiput zu spüren, ist verbunden zu sein, wie ein Delfin im Wasser die Menschen aktiviert und sagt, das ist Leben. Und ich habe im Endeffekt den Lebensstrom in den Händen. Und ich habe nicht nur in den Händen, sondern es geht meistens aus der Herzlinie heraus, sodass ich den Rhythmus eines Menschen kennenlerne. Ich lerne die Beweggründe eines Menschen kennen, weil der Körper ist die letzte Instanz der Bewegung. Ich sage immer, ich bin Geist und habe einen Körper und dieser Körper ist die Integration zwischen Gefühlen, zwischen Mentalebene, zwischen irdischer Ebene, zwischen himmlischer Ebene und er löst die absolute Dualität auf. Einer der berührendsten Sätze für mich war, dass in unserem Körper die Weisheit drinnen steckt, dass wir uns jeden Augenblick der Gesundheit zuwenden können. Ja, ja. Ich sage mir immer, ich bin so ganz geboren, dass ich, je älter ich werde, meine Einzelteile wieder zusammenpflücken darf, um wieder ganz zu sein. Und in mir ist auf jeden Fall das Navigationssystem ganzheitlich. Und ich glaube sogar behaupten zu können, bevor ich mich viel mit der Medizin beschäftige, dass es für meine Seele Krankheit in der Form nur selten gibt. Aber Dissonanz, ich bin einfach Musiker durch und durch. Ja, man hört es. Ich bin jetzt Musiker durch und durch. Es ist so, ein Wohlklang kann sehr wohl auch eine Dissonanz sein. Eine verminderte oder eine erhöhte Septime. Wenn ich jetzt einfach die sieben Chakren betrachte, die können ja auch mal ein bisschen verrutscht sein, sage ich jetzt mal. Krankheit ist, glaube ich, eine Form der Hoffnungslosigkeit, wirklich am Sackgassenbahnhof zu stehen. Absolut. Ja? Und es gibt es natürlich. Und meine Neugierde hat mich ja in München auch in das Medizinstudium hineingebracht, um einfach die Techniken zu wissen. Aber ich bin so, wie gesagt, in den Klängen zu Hause. Ich sehe die Klänge auch mit den Augen. Ich rieche sie. Dass meine Aufgabe ist wirklich mit der spirituellen Gesundheit, Ganzheit. Mit der spirituellen Medizin. Und da komme ich in die Philosophie hinein. Wo kommt jemand her? Wo kommt die Krankheit her? Wo geht die Krankheit hin? Hoffentlich ins Nirvana. Und ich denke, ganz vorsichtig, ich glaube und denke, ohne es beweisen zu können, es ist eine innere Entscheidung, wie ich den Weg gehen möchte. Welche Menschen mich begleiten. Aber Vorsicht, es ist nur ein Gefühl. Beweisen möchte ich das nicht. Und ich möchte auch jedem Menschen achtsam gegenüberstehen, der diese Möglichkeit in sich nicht gefunden hat, Entscheidungen zu treffen. Weil die Geschichte einfach unterschiedlich geschrieben ist. Ich möchte dazu sagen, dass ich fast glaube, dass zur Heilung auch Disziplin gehört. Das ist die Liebe zu sich selbst. Und Disziplin heißt nämlich auch dranbleiben. Ja, ja. Genesung, das braucht ein regelmäßiges dranbleiben. Das ist nicht etwas, was man einmal in der Woche machen kann. Ja, es ist wirklich ein ein- und ein ausatmender, wirklichen Liebe zu sich selbst, zu Disziplin. Und das dranbleiben. Also wenn ich wirklich nicht viel kann, das kann ich. Das ist eine Geschichte, die ich meinem Vater auch sehr danke, dass ich dranbleiben darf. Wie siehst du die Meditation? Unabdingbar. Unabdingbar. Ich würde gerne wissen, zu einem anderen Moment, welche Schwierigkeiten auftauchen könnten, da ich mit meiner innersten göttlichen Welt nie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich sage das jetzt kindlich, ohne Meditation bin ich nicht das, was ich bin. Ohne innezuhalten, ohne meinen inneren Raum, mein inneres Kerzenlicht zu sehen, ohne den Schutz, den ich brauche für jeden Tag, ohne meine geistigen Helfer, ohne meine geistigen Botenbegleitungen. Ja bitte, was bin ich? Ich meine, das ist Atem, das ist Leben, das ist Kontemplation, das ist Rhythmus, das ist Besinnung auf das, was ich bin. Unabdingbar. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nie Schwierigkeiten an Meditation gehabt. Deswegen liebe ich auch das Wort Praxis. Es ist Üben. Und Meditation ist wie ein Muskel, der über die Atemtechnik lernbar, regulierbar ist. Und es ist auch noch viele Schwierigkeiten mit dem Atmen. Und es soll sich dann nicht auch Schwierigkeiten mit der Meditation haben. Ja. Es soll sein Hallo, wach. Ausprobieren. Und wenn man nur anfängt kindlich zu bitten, was dann irgendwann beten und danken wird, einfach mal eine Sekunde. Danke, dass ich so sein darf, wie ich jetzt bin. Bitte lass mich so sein, wie ich wirklich bin. Es sind Welten dazwischen. Absolut. Und Wege und Schritte. Und der Weg zu sich selbst ist wahrscheinlich der längste Weg. Und da helfen die Kinder auch, zu sich selbst zu kommen. Weil die holen dich immer wieder raus und du bist dann ein bisschen auseinandergewurschtelt. Wie du ja auch kennst. Durchaus. Ja, und die beste Meditation kann ich Lehrer empfehlen, sind die Kinder. Sie einfach mal zu beobachten, ohne eine Meinung zu haben. Einfach mal nachzuschauen. Einfach mal so zu sein, wie die Kinder gerne sind. Das ist der erste Schritt für mich für Meditation. Weil ein Kind ist dein Lehrer. Das heißt, auch so ein Schritt weg von der Beurteilung? Bitte viele Schritte weg. Wäre doch wieder mal ein neuer Weg. Was willst du beurteilen? Wenn du nicht weißt, was der andere führt. Aber ich glaube, dass es vielen gar nicht bewusst ist, wie sehr sie ihn beurteilt sind. Weil wir ja damit in dieser Gesellschaft ja auch damit groß werden. Weißt du, beurteilen ist eine Möglichkeit. Zu fühlen, was für dich richtig ist, ist die andere Möglichkeit. Und beurteilen kann dieses eine Extrem sein. Zu allen zu sagen, nein, und so geht es nicht. Und für sich zu entscheiden, was gut ist, welche Möglichkeit richtig sein könnte, ist ein, ja, es ist nicht ein Urteilen, sondern es ist ein Einverständnis. Und das Beurteilen habe ich viel gemacht. Und ich weiß, dass ich bewusst das ablege. Gar nicht ablehne, sondern ablege, weil es mir Zeit nimmt. Es nimmt mir Zeit zum Fühlen. Es nimmt mir Zeit zum Nachfragen. Wie sich mein Gegenüber fühlt. Aus welchem Moment er heraus gerade geboren ist. Und wenn ich beurteile, bin ich mit meinem Selbst so konfrontiert, dass der andere gar nicht mit mir in Kontakt sein kann. Und das ist der wirkliche Hauptgrund, weshalb ich sage, beurteilen ist Zeitverschwendung. Es kommt anders, als man denkt. Und denke nicht alles wirklich, was die anderen denken, und glaube nicht alles, was du denkst. Unglaublich wichtig. Also das ist mein Leitsatz. Ich erinnere mich noch, wie ich mich erstmals mit diesen Gedanken auseinandergesetzt habe, des Beurteils, ob ich da wirklich so da drinnen stecke. Meine Kinder waren damals noch relativ jung, in der pubertären Phase. Und wo sie es oft nicht gut gefunden haben, dass ich sie maßgeregelt habe und gesagt habe, gekeppelt habe und dergleichen. Und ich habe ihnen dann gesagt, wenn ich mal wieder am Beurteilen bin, und es fällt mir nicht auf, sie mögen mich doch bitte darauf aufmerksam machen. Und das fanden sie natürlich besonders gut, weil endlich konnten sie mal sagen, ah Mama, da ist schon wieder. Und es hat tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, bis zu dem Zeitpunkt, es mir bewusst war, in einer Situation, dass ich eine Situation beobachtet habe, und nicht geurteilt habe, sondern die Situation nur beobachtet habe. wo ich früher von meinem Hirn, von meinem Denken her, oft in diese Wertung sofort, das ist wie ein Mechanismus war. Da erwischt man sich selbst immer wieder. So ist es, ja. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist auch, das ist etwas, was man wirklich auch regelmäßig üben muss, für diejenigen, für die das wirklich ganz was Neues ist. Was würdest du da für einen Rat geben? Was sind so die ersten Schritte, Ganz eine, ganz eine einfache Übung. Ganz schlicht und einfach. Das Schwierigste an der Übung ist, den Puls zu finden. Wirklich den Puls zu beobachten. Und genau in diesem Pulsrhythmus, drei Pulsschläge einatmen, zwei Pulsschläge halten, sechs Pulsschläge ausatmen. Und das lässt sich jeden Tag ein bisschen mehr steigern. Aber das ist eine wunderbare Meditation, um die innere Ruhe kennenzulernen. Und dann kann ich, wenn ich ein bisschen fortgeschrittener sein sollte, oder wollte, oder möge, kann ich ein bisschen meine Pulschläge beobachten und ein bisschen Licht einatmen. Und Licht ausatmen. Und dann wird es experimentell, zum Beispiel im Herzbereich, atme ich ganz bewusst rosafarbenes Licht ein und grünes Licht aus. Grünes Licht ein, rosafarbenes Licht aus. Das ist eine wunderschöne Übung. Und wenn man es sich nicht vorstellen kann, dann holt man sich einen rosafarbnen Zettel, ein grünes Tuch und schaut das einfach dabei an. Und das geht egal, was ich mache. Ich kann Kartoffeln scheren, ich kann die Kartoffelfarbe einatmen, ich kann mich über die Kartoffel freuen. Und dann einfach mal den Rhythmus zu nehmen, wie schnell oder wie langsam mag ich scheren. Was in mir treibt mich, den Rhythmus zu beschleunigen? Was in mir befiehlt, den Rhythmus zu verlangsamen? Und wo stehe ich? Ich stehe immer damit. Segnest du? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist nicht der Pfarrer überlassen. Da muss ich auch nicht Papst sein. Ich habe immer einen Satz in mir, der bewegt mich. Der Friede sei in dir, mit dir und mit deinem Geiste. Das kann nicht verboten sein, das weiterzugeben. Und wenn es verboten wird, mache ich es heimlich weiter. Jetzt ist es sowieso offiziell, aber... Und wenn ich meine Kinder sehe, dann sage ich immer, seid gesegnet. Immer. Immer. Oder seid geschlüpft. Und ich finde ein Segen, ob ich es mit einem Ohm mache, was zu Gott führt, zu sich führt. Ob ich es mit einem gleichschenklichen Kreuz mache, ob ich es mit einer Blume des Lebens, ob ich es mit meinem Hauch, mit meinen Augen... um ... ... ... ... ... ... которые Da wackeln die Zähne, gut ist. Schön, ja. Und dann machst du Und so kommen die Menschen so in diese Geburtsschale wieder hinein. Das geht. Es geht um Geborgenheit, Urvertrauen wieder. Liebe Satya, unsere Serie heißt ja, solange du da bist. Und abschließend, solange du da bist, was möchtest du noch gerne der Menschheit schenken von dir? Ich würde gerne durch meine Stimmung, durch meine Stimme, die Stimme als Instrument der inneren eigenen Entdeckung weitergeben, dass jeder anfängt zu singen, innerlich. Das bin ich, ja. Den Ton angeben, aber den wirklichen Ton. Und den Ton halten und tonalisieren. Eintauchen, austauchen, singen, einfach besungen sein. Und ich glaube, meine Stimme soll die Kraft dem anderen Menschen geben können, zu klingen. Und ein Klang zu sein im Universum. Nada, Brahma. Schön, wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich danke euch. Vielen Dank.